So, jetzt kommen wir aufs Treppchen. Auf Platz 3 mit 662 Runden und 5 Runden Rückstand auf die Spitze. M-Rating. Herzlichen Glückwunsch. Kommt nach vorne. Applaus 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 Ja, die Stube ist irgendwie ein bisschen klein. So, auf Platz 2, mit drei Runden Rückstand auf die Spitze, mit 664 Runden. Waterkamp Rating Team, herzliche Glückwunsch! Applaus So, auf Platz 1, nach 24 Stunden, 667 Runden gefahren. Die RSK, herzlichen Glückwunsch! Stopp nach vorne! Applaus Mit den Schuhen wär das lustig. Wenn dir das ist, das ist nur dein Fahrrad. Ja, nee. Dafür hast du gewindet. Wirst du es jemals schaffen, dafür aber mein Team nicht bin. Ohhhh Wer hätte hier in die falsche Richtung gefahren? Naja 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 Naja